Jetzt bin ich in einem zweiten Gebäude in einem Hof in Ratingen, um hier ohne Außen zu kommen. Auch von Schiffen, ohne Außen, allerdings mit einer modernen Anzeige. In diesem Haus wurden nur zwei Obergeschosse, nämlich erstes Obergeschoss und das Dachgeschoss. Die Auto wurde im Jahr 2015 von Horst Schäfer organisiert und ich denke mal, dass dieser Aufzug auch von FHB gebaut wurde. Da dieses Aufzug sich im selben Gebäude komplett sicher befindet. Und dieser Aufzug hat auch ein nichtiger Luke Aufzug in sich zu stehen. Das Konzept für Freiland zertifiziert wurde. Dieser Aufzug befindet sich in einem ersten Haus in der Ratinger Innenstadt. Und in diesem Aufzug passen offiziell auch nur vier Personen einbauen aus 1984. Das ist schön massig. Oh, das ist hier ein solcher Rohlikaufzug, wie ihr das jetzt hier hört. Und das war's. 31 38 175 40 41 46